Bist du Friedrich Schiller? Wer denn sonst? Ich sitze im Kerker, weil ich die Räuber geschrieben habe. Das Freiheitsdrama gegen die Tyrannei. Wollt ihr vielleicht einen armen Künstler heiraten? Da sind doch schon zwei Wiedels. Schillers Locken zum Essen. Hast du einen Knall? Pack das Ding weg! Der Treffer, die Szene funktioniert.